Frage an Frau Nahles, was können Sie besser als Vorsitzende, als Ihr Vorgänger? Stricken. Ihre Partei hat grad wieder auf die Mütze gekriegt. Frohe Ostern. Schön saufen kann selbst sie sich das nicht. Sie ist die rote Sozen-Trümmerfrau und heißt Nahles. Hallo. SPD war mal Ekstase, doch heut tut's nur noch weh. Und von diesen drüben Tassen ist sie Vorsitzende. Schlag Wehner, Brandt und Schmidt hat man nur Stegner, Scholz und Nahles. Nahles, ist das wirklich alles? Ihr Rumkrakele ist manchmal ne Qual. Das ist doch Glücksinn, verdammt nochmal! Doch beim Maaßen-Skandal blieb sie zu lange stumm und es schien ihr egal. Das ist alles nicht so schlimm. Geht's um Klimaschutz, da hat sie keinen Plan. Sie sagt... Die SPD, die... Oh Mann. Sie hält Merkel an der Macht, deshalb heißt es Gute Nacht. Wenn Wahl ist... Nahles, ist das wirklich alles? Der Wähler mag es grün, doch Nahles kann nur... Und nach der Hessenwahl sind die Sozen klinisch tot. Sie sind die Walking-SB-Dead. Und das Ende ist nah mit Nahles. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh.